was geht ab leute willkommen zu einem neuen video von mir und zwar heute haben wir spezielle schienabeller d von diamond und zwar diese d baller sind aus 2009 eine sehr sehr seltene ausführung was man heute noch bekommt denn diamond war ja die letzten jahre davor 2007 86 auch ganz okay aber 2009 kam mit einem neuen label mit diesem braun diamond schriftzug und ja und ich würde mal sagen wir testen dieses kaliber es ist auf jeden fall noch ohne einem angabe der name angabe gab es ja vor nach 2009 ab 2010 und steinhart und ja das ist noch eine sehr gute ausführung und da testen wir mal krass und gleich noch ein und gleich noch dritten krass und natürlich noch mal ein vierten so geil man heute bombe ich hoffe das video hat euch gefallen daumen nach oben leute einfach nur geil und ja wenn ihr die noch irgendwo bekommt dann freut euch auf jeden fall bis zum nächsten mal die nächsten videos kommen jetzt nach und nach nach und nach auf meinem kanal rein bis zum nächsten mal